Die Paradox Interactive Aktie fällt und fällt weiter und immer tiefer und das schon seit Wochen und Monaten. Wir sind jetzt kurz vor einer sehr interessanten Zone und ich möchte euch mal ein Update geben zu den jüngsten Ereignissen. Denn die Paradox Interactive Aktie ist jetzt innerhalb von einem Tag um knapp 10% runtergefallen, hatte dann nochmal so einen kleinen Boost, 5% hoch, nochmal 5% runter. Aber wir befinden uns hier tatsächlich eher so an einem, ja an einem Punkt, wo wir schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr waren, nämlich im Jahr 2021 und jetzt sind wir tatsächlich kurz davor, meine goldene Zone anzulaufen. Wenn du mehr zu dieser goldenen Zone hören willst, einfach mal das Video oben rechts einblenden und ich gebe jetzt hier auch nochmal ein kurzes Update. So, was sind die Hintergründe jetzt zu der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses? Und so ein bisschen habe ich das in meinem letzten Video schon vorweggenommen. Es gibt ein paar weitere Produkte in der Pipeline, die so ein bisschen, ja noch so ein bisschen Fragezeichen haben. Jetzt hat es ein weiteres Produkt erwischt, das jetzt rausgestrichen wurde. Wir gehen jetzt hier einfach mal zur Investor Relations Page und sehen auch hier von den jüngsten Nachrichten her zwei wichtige Punkte. Erstens, das Game Live by You, dem ich eigentlich noch vor vielen Jahren relativ große Hoffnungen auch in meinem Investment Case zugerechnet habe, darauf gehen wir auch gleich mal kurz ein, wird komplett eingestellt. Die Kosten, die dafür angefallen sind, die letzten fünf Jahre werden komplett abgeschrieben und das trifft 208 Millionen schwedische Kronen, also um die 20 Millionen Euro, so mal ganz, ganz grob. Und da stellt sich natürlich die Frage, was für einen Effekt hat das auf das Unternehmen? Zum einen, wir wissen von diesem Projekt, wir wissen eigentlich auch, dass es schon seit über einem Jahr immer wieder verschoben wurde. Der Early Access Release war bereits für letztes Jahr geplant, wurde bereits zweimal verschoben und wurde jetzt wieder verschoben und dann haben sie gesagt, okay, wir sehen keinen Weg, wie wir dieses Produkt mit hochwertiger Qualität an den Markt bringen können, ohne dass es vielleicht jetzt nochmal mehrere Jahre dauert und am Ende wissen wir nicht, welches Ergebnis da steht, also vielleicht auch umsatzseitig. Und gleichzeitig, das haben sie jetzt nicht dazu geschrieben, das sage ich euch und das habe ich schon in anderen Videos erwähnt, das Studio, das sieht man jetzt auch, das wurde 2019 gegründet, das heißt fünf Jahre, aber die großen Kosten sind eigentlich erst die letzten drei Jahre vielleicht angefallen. Und wenn wir für dieses Projekt jetzt knapp 20 Millionen US-Dollar in dieser vergleichsweise doch dann kurzen Zeit in diesen drei Jahren verbrannt haben, ohne dass wir überhaupt einen Release-Kandidat haben die nächsten zwei Jahre, sondern vielleicht irgendwie einen Early Access mit schlechter Qualität hinbekommen könnten, dann spiegelt es eins wieder, das Studio in der, oder an der Westküste der USA war verdammt teuer. Und das wissen wir auch, Paradox hat schon bereits ein weiteres Studio im Westen der USA geschlossen, es hat ja auch Bloodline 2, was ebenfalls in den USA ansässig war, abgezogen und hat das Ganze einem anderen Studio in die Hand gegeben, das meiner Ansicht nach deutlich günstiger ist. Und wir sehen einfach diese ganzen Investitionen, die vielleicht noch damals unter der alten CEO getroffen wurden, wo es relativ viel Richtung USA ging, dass das vielleicht die falsche Entscheidung war, denn die Kosten für diese Softwareentwicklung, vor allem auch die Games-Entwicklung war in den USA und ist immer noch weiterhin in den USA sehr, sehr teuer. Und dazu muss man eben sagen, dass so ein Produkt wie so ein klassisches Computerspiel durchaus auch in günstigeren Märkten entwickelt werden kann, also wie zum Beispiel in Europa. Und wir dort eigentlich eher diesen, vielleicht doch noch diesen Vorteil haben mit guter Qualität, die wir hier in Europa entwickeln, zu relativ günstigen Preisen und das Ganze ja wir eigentlich problemlos in den USA verkaufen können oder überall auf der Welt. Das heißt, diese ganzen Investitionen die letzten Jahre, die in den USA geflossen sind, hat jetzt Paradox mit der Schließung dieses Studios, und das ist die zweite Nachricht, das Studio wurde dann auch komplett geschlossen, ja, hat man jetzt komplett abgewickelt und man konzentriert sich weiterhin jetzt auf die sehr profitablen Studios, die man in Europa hat, die auch wirklich dafür sorgen, dass Paradox-Kennzahlen, also Cashflow-Kennzahlen-Umsatz, Ertragskennzahlen weiterhin sehr, sehr gut sind. Natürlich bringt es aber eins zu Tage, nämlich, dass sich mein Investment Case, der vor ein paar Jahren, den ich euch noch gezeigt habe, dass dieser so nicht mehr im Grunde Bestand hat. Das heißt, mein Investment Case vor ein paar Jahren war, hey, wir haben hier ein Unternehmen, das hat tolle Produkte und es kann wirklich diese Produkte sehr profitabel an den Markt bringen, mit sehr hohen Margen. Es ist auch, ich sag mal, hat einigermaßen einen Burggraben, weil jetzt nicht jemand von heute auf morgen in diesen Markt der Grand Strategy Games eintreten will, weil es einfach doch ein sehr nischenartiger Markt ist und gleichzeitig generiert dieses Unternehmen sehr viel Cashflow und investiert das Ganze, um weiterhin in sehr viele weitere Bereiche, ja, vordringen zu können, wachsen zu können, im RPG-Bereich, vielleicht noch stärker im Simulationsbereich und jetzt vielleicht hier grundsätzlich auch nochmal andere Märkte vordringen kann. Das war der Investment Case vor ein paar Jahren und der trifft hierzu an sich nicht mehr zu 100% zu, weil diese ganzen Investitionen, die vor ein paar Jahren getroffen wurden, im Endeffekt jetzt zurückabgewickelt werden und man sagen muss, ja, man konnte diese eben nicht profitabel gestalten. Das heißt, ein Bloodline 2 wurde verschoben und ich frage mich immer noch, ob wir das dieses Jahr überhaupt noch sehen. Da droht vielleicht die nächste Gefahr hin, dass man sagt, auch dieses Projekt wird jetzt gecuttet, wird eingestellt, dicht gemacht. Dann das nächste ist jetzt hier Live by You und dann haben wir auch immer wieder andere Projekte gesehen, wo man vielleicht auch den Namen nicht kannte, die dann eingestellt wurden. Also diese ganzen Cash-Generierungen, die gibt es weiterhin und die wird jetzt aber vielleicht auch ein bisschen anders verwendet. Aber diese Cash-Generierungen, die wir auch schon seit einigen Jahren haben, sehr profitable Cash-Generierungen auch, die eben in diese Wachstumsinitiativen investiert wurde, die war eben erfolglos. Und das hat mein Investment-Case eben angenommen. Das heißt, ich habe damals eigentlich eine Aktie gesehen, die sehr günstig bewertet war für ein Wachstumsunternehmen und diese Wachstumsinitiativen für mich sehr, sehr vorteilhaft waren. Ich habe aber auch gleichzeitig meine Aktien gekauft auf einem Level, wo ich gesagt habe, okay, falls das nicht eintritt, habe ich hier immer noch einen gewissen Puffer. Das heißt, falls diese Wachstumsinitiativen nicht voll zuschlagen, kaufe ich die Aktie trotzdem zu einem günstigen Preis. Und das hat sich im Grunde auch eine Zeit lang bewahrheitet. Nämlich haben wir ja diese Rally hier gesehen, bis hier die Skyline 2 auf den Markt gekommen ist. Auch da wieder Probleme in der Entwicklung. Und danach, als es hier eben deutlich nach unten ging, konnte ich eben auch trotzdem aufgrund dieses sehr günstigen Aktienkurses, den ich oder Einstandskurses, den ich damals auch gekauft hatte, war ich trotzdem einigermaßen auch zufrieden. Weil ich eben ein Unternehmen gekauft habe, wo eben der Investment-Case nicht aufging, ich aber gleichzeitig nicht zu viel für diesen Investment-Case, für diesen bullischen Investment-Case bezahlt habe. Das hat sich jetzt ein bisschen jetzt auch in den letzten Wochen geändert, weil man sieht jetzt auch bei Paradox diese typische Phase, was passiert, wenn ein Unternehmen aus einem Wachstumsunternehmen eine Bepreisung wird, wo man sagt, okay, wir preisen das ganze Wachstum aus. Und jetzt ist dann das Ganze vielleicht nur noch als Value-Unternehmen anzusehen. Und man muss jetzt eben, wenn man hier mal zu Market Screen rüber geht, muss man tatsächlich sagen, also ich finde, Stand heute ist Paradox tatsächlich eher als Value-Unternehmen, schon fast anzusehen. Wir haben jetzt hier Bewertungen von unter 20 im KGV. Wir haben hier Cash-Renditen von 6 bis 7%. Und hier muss man jetzt sagen, ja, hier gibt es jetzt einen Punkt. Zum einen wird hier, ist die Abschreibung noch nicht von den Analysten komplett mit drin. Bloodline 2 bleibt weiterhin fraglich. Deswegen könnten hier auch weiterhin Kürzungen erfolgen von den Analysten. Die müssen aber eben beidseitig erfolgen. Also die müssen zum einen den Umsatz kürzen. Die müssen aber, und da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeiten gehabt, das war meiner Ansicht nach nicht immer die, also hat man meiner Ansicht nach nicht immer in diesen aktualisierten Daten gesehen, dass sie eben auch das CapEx eigentlich kürzen müssen. Also im Endeffekt die Kosten, die ich jetzt für ein Produkt habe, ja, ich entwickle jetzt live bei You und es kommt nicht auf den Markt. Klar, dann bricht jetzt der erwartete Umsatz weg, aber gleichzeitig aufgrund der Studioschließung fallen mir auch relativ viel an Investitionskosten weg, die ich eben habe und die jetzt eben nicht mehr notwendig werden. Ich werde ja nicht dieses Geld jetzt nehmen und sagen, okay, ich schließe das Studio nicht und ihr dürft jetzt irgendein anderes Projekt weiterentwickeln. Das wäre ja auch komplett sinnlos, ja, ein relativ teures Projekt zuzumachen mit einem teuren Studio und denen ein anderes Projekt zu geben. Sondern die Entscheidung hier war meiner Ansicht nach richtig, wo man gesagt hat, okay, das Projekt wird nicht vollendet werden können zu einem für uns akzeptablen Rahmen. Dann schließen wir auch das komplette teure Studio und konzentrieren uns eher vielleicht wieder auf die profitablen Bereiche. Also meiner Ansicht nach ist hier, werden hier natürlich weiterhin Kürzungen auch in der Bewertung notwendig werden. Aber wenn ich auf meine Basis gehe und die habe ich auch im letzten Video schon aktualisiert, wird euch gezeigt, hey, was passiert, wenn Live By You nicht kommt, was passiert, wenn Bloodline 2 nicht kommt, was bedeutet das für den Umsatz, was bedeutet das für den Cashflow. Und wir sind meiner Ansicht nach mittlerweile bei einem Cashflow-Level, der jetzt eher, wenn wir jetzt hier auf diese 115 schwedische Kronen fallen, der ist dann über die nächsten Jahre bei 8%. Also 8% Free Cashflow-Rendite. Das heißt, das Unternehmen könnte investieren weiterhin in seine ganzen Projekte, die es immer noch in der Pipeline hat. Also ich rede hier von Solaris 2. Ich rede hier von Europa Universalis 5, was nächstes Jahr kommt. Also wirklich eher auf diesem Kernportfolio. Und gleichzeitig kann es mir, also nachdem es in all diese Projekte investiert hat, kann es mir eine Dividendenrendite von 3-4% ausschütten am Ende. und hätte immer noch 4% übrig an Cashflow, was man dann eben in Studio-Übernahmen investieren kann oder eben andere Projekte. Meine Grundaussage ist also, mein Investment Case von ein paar Jahren ist so nicht eingetreten und das muss ich mir im Klaren sein. Und wenn ich mir jetzt heute meine Position anschaue und sage, hey, mein Investment Case ist nicht eingetreten, verkaufe ich diese Aktie oder nicht oder schaue ich jetzt eben mit neuen Augen auf diese Aktie und dann muss ich sagen, okay, die Aktie ist jetzt eben keine Grow-Aktie mehr, zumindest für die nächsten Jahre. Aber den Wert, den ich immer noch in diesem Unternehmen abbilde, spiegelt eigentlich sehr viel eines Values-Werts wieder und dürfte auch die nächsten Jahre trotzdem noch aufgrund von anderen Faktoren für mich eher mehr Upside-Potenzial bringen als Downside-Potenzial. Und von diesen anderen Faktoren, wir müssen auch mal ein bisschen grundsätzlich schauen. Wir haben jetzt den S&P 500, wir haben den Nasdaq, performen alle mega stark, jetzt vor allem auch seit diesem Jahr oder auch die letzten Monate. Und wenn ich mir hier auch mal den letzten Report, Global Gaming Report hier von Drake anschaue, beispielsweise, Drake Star, dann gibt es hier eben sehr viele Informationen, beispielsweise geben es auch viele Informationen über den Bereich M&A, auch das ist deutlich abgekühlt die letzten Quartale. Aber auch hier sollte irgendwann das Comeback wieder zurückkommen. Was jetzt mal eben hier auch auf die Gesamtperformance mal geht, von den allermeisten Aktienunternehmen, die jetzt hier im Gaming-Bereich tätig sind. Da muss man eben auch feststellen, Paradox ist jetzt hier eben nicht die einzige Aktie. Also der gesamte Gaming-Sektor tut sich sehr, sehr schwer in den letzten zwei Jahren im Endeffekt. Also man muss dazu sagen, Gaming ist in dem Sinn auch sehr kapitalintensiv. Man muss sehr viel Kapital nehmen, über viele Jahre ein Projekt entwickeln und das Ganze dann auf den Markt zu bringen. Aber natürlich, wenn man dann eben ein sehr erfolgreiches Projekt hat, dann sind diese sehr, sehr profitabel, auch im Gaming-Umfeld. Das sehen wir bei Paradox, die jetzt irgendwo Netto-Margen haben, werden jetzt wieder über 30% laufen werden, wenn diese ganzen Abschreibungen jetzt dann durch sind, die eben auch 30% Free Cashflow-Rendite auf den Umsatz einbringen. Also sehr profitable Unternehmen. Die ganze Branche tut sich aber in den letzten Jahren sehr schwer und die Frage ist eher, ob es jetzt nicht so ein bisschen auch antizyklisch die Möglichkeit besteht, ihm in diesen Bereich zu investieren. Und ich sage meiner Ansicht nach, ja, die Gaming-Branche durchlebt jetzt auch die letzten Jahre weiterhin einen relativ schweren Stand, aber sie hat weiterhin Zukunft. Und ich weiß, ich merke das auch in meinen Kommentaren immer wieder, auch unter den Videos. Ich will es ja vielen Personen nicht zu nahe treten, aber manchmal ist es eben auch oftmals genau der Kontraindikator, wenn es dann eben ich nur noch E-Mails bekomme und nur noch Kommentare bekomme, von wegen alles aus Gaming raus. Gaming war die schlechteste Investition, die es jemals gab und nie wieder in Gaming-Unternehmen. Und ich verstehe das ja auf der einen Seite und es muss nicht immer ein Kontraindikator sein, wenn man jetzt total unprofitable Unternehmen investiert, dann ist es ja auch kein Kontraindikator, weil diese Unternehmen unprofitabel sind. Aber hier haben wir eben oftmals sehr profitable Unternehmen. Und ich kann ja hier auch wieder, wie gesagt, einfach nochmal hier runter scrollen, einfach mal anzuschauen, wie das Nettoergebnis ist, wie die Free Cashflow-Entwicklung ist. Und das sind eben Unternehmen, nicht alle davon, aber einige und Paradox gehört definitiv dazu, die sind mega profitabel. Und da wäre es jetzt irgendwie meiner Ansicht nach kontraproduktiv, das alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, interessiert mich nicht mehr. Ich denke eher, dass es hier tatsächlich so eine antizyklische Situation geben könnte, wo man wieder eine sehr gute Chance hat, in Unternehmen zu investieren, die eben profitabel sind, die ein bisschen unter die Räder gekommen sind, aber die jetzt nicht aufhören, mit tollen Produkten weiterhin ihre Kundschaft zu versorgen und dort eben das Geld zu machen. Wir werden in den nächsten Monaten, nächsten Jahren wieder den Bereich sehen, auf dem Paradox sich spezialisiert hat. Und man wird wahrscheinlich auch weiterhin stellenweise versuchen, sich trotzdem aus dieser Nische weiterhin zu entwickeln. Also das sehen wir auch an der Kommentierung. Man wird nicht mehr das große Kapital nehmen, man wird nicht mehr 20 Millionen US-Dollar nehmen und dann sagen, wir entwickeln jetzt ein Projekt, wir wissen nicht, wann das kommt, aber hier schon mal 20 Millionen, hier 30 Millionen. Was wir eher mehr sehen werden, sind, dass es immer wieder so kleinere Investitionen geben wird, die jetzt nicht irgendwie über CapEx laufen, also im Sinne von Aktivierung von Entwicklungskosten, sondern die tatsächlich direkt aus dem monatlichen Cash-Budget rauslaufen werden, wo es dann viel einfacher ist, diese Projekte wieder einzustellen, wo es dann auch, ich sage mal, diese Projekte grundsätzlich kleiner werden. Die ganze Initiative von Paradox Arc war hier, denke ich, nur der Anfang und man wird eher versuchen, diese experimentellen Rollen, wie zum Beispiel in Live-by-You oder irgendwelche anderen RPG-Bereiche, irgendwas in den Bloodlines oder sonst was, wird man eher versuchen, über diese Schiene einzuschienen und durchzustarten. Und das Großrisiko, das wir jetzt eben auch bei Paradox drin hatten, das ist jetzt im Endeffekt auch alles fast schon ausgepreist, wenn ich jetzt mal hier runtergehe, auf den Bereich der Capitalized Development, also im Endeffekt die Kosten, die kapitalisiert wurden, die jetzt im Balance Sheet, also in der Bilanz drinstehen. Und das heißt, das sind Kosten, die angefallen sind und man zeigt das als Wert, als Bilanzwert an. Man sagt, das sind Assets. Da ist zum Beispiel jetzt hier, sind hier diese 208 Millionen, die müsste man streichen. Dann ist hier noch Bloodlines 2 mit einer, ich kann es nicht genau beziffern, aber deutlich, also wahrscheinlich nochmal doppelt so hoch, als jetzt hier bei Live-by-You. Da ist sehr viel angefallen in den letzten Jahren. Da müsste man vielleicht nochmal 500 Millionen streichen an schwedischen Kronen. Und dann, naja, was ist dann? Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel Risiko in der Bilanz übrig, aber die ganze P&L ist weiterhin sehr positiv, also mit Cashflows, die weiterhin laufen. Und die Bewertung ist meiner Ansicht nach trotzdem günstig für das Unternehmen. Jetzt kann man sagen, hey JD, du suchst ja nur einen Grund, um irgendwie weiterhin in Paradox investiert zu sein. Und ich muss euch dazu sagen, ich habe absolut keine Probleme, Aktien rauszuhauen aus meinem Depot. Also das habt ihr auch in den letzten Monaten gesehen gehabt, wenn eine Aktie nicht mehr meinem Investment Case entspricht, dann schmeiße ich es raus. Aber es gibt halt eben Aktien, die steigen und steigen und steigen. Und da muss ich auch gucken, okay, mein ursprüngliches Investment Case trifft das jetzt noch zu. Und dann muss ich ein Update zu diesem Investment Case machen. Und dann muss ich sagen, okay, eigentlich muss ich das Ganze nach oben schrauben. Dann lasse ich die Aktie weiter laufen. Das war bei Palantir, wo jetzt zum Beispiel auch der Bereich KI viel, viel stärker jetzt sich noch viel schneller entwickelt hat, wo ich gesagt habe, ja, okay, die Bewertung ist jetzt sehr hoch. Ich lasse es weiter laufen. Natürlich kann es irgendwann sein, dass ich dann sage, Nvidia, ja, jetzt nehme ich hier ein bisschen was mit, weil mein Investment Case, den habe ich jetzt aktualisiert. Der ist jetzt noch positiver. Aber obwohl er noch positiver ist, oh, die Bewertung ist trotzdem zu stark geworden. Und auf der anderen Seite gibt es genau andere Unternehmen, die dann fallen, ja, und dann fallen die aus Gründen, wo ich sage, okay, mein Investment Case ist nicht mehr intakt. Ich verkaufe sie. Thunderfull, bestes Beispiel. Auch da hatte ich keine Schmerzen, den Verlust zu realisieren. Und dann gibt es andere Unternehmen, die fallen, wie eine Sofa oder eine Paradox. Dann muss ich sagen, mein Investment Case, wenn ich den jetzt aktualisiere, ja, dann muss ich ein paar Sachen anpassen. Aber die Bewertung zu meiner neuen Investment Case Aktualisierung ist trotzdem so günstig, es macht keinen Sinn, dass ich die Aktie verkaufe. Und meiner Ansicht nach spricht genau das jetzt auch für Paradox, wo ich sage, das Grundfundament, das damals auch der Grund für mein Investment war, nämlich diese sehr stabilen Cashflows, diese Nische, die man sehr stark besetzt hat, diese sehr starke Profitabilität, die ist weiterhin da. Und ja, die Investitionen, die damals rausgeflossen sind, die konnten sich nicht durchsetzen, aber das Fundament ist ja noch da. Und diese Aktualisierung der Bewertung bringt mir einfach einen Wert wieder für eine Aktie mit sehr starkem Fundament, was die nächsten Jahre sehr starke Returns mir bringen sollte, selbst wenn der Aktienkurs nicht steigt, ja. Lasst hier dann die Free Cashflow Rendite auf 8% anwachsen, dann kann Paradox mir die Hälfte rausschütten als Dividende, ja, 4%. 4% Dividenden-Stock für ein kleines Small-Cap-Unternehmen, das trotzdem weiterhin Cash hat, um weiter zu investieren. Also was würde ich mehr wollen? Ja, wenn ich jetzt hier total neutral reingehen würde und würde einfach nur mal das hier sehen, ohne die Vergangenheit, ohne mein Wissen zu Paradox, dann ist das eine Aktie, wenn ich mir das anschaue, das ist doch mega attraktiv. Und wenn ich mir auch hier das Wachstum der letzten Jahre anschaue, klar, das ist jetzt nicht so, ich sag mal, linear, wie jetzt bei anderen Unternehmen, aber das ist oftmals bei Small-Cap-Unternehmen eben so, dass es nicht linear ist. Das Wachstum ist ja trotzdem super. Ja, und wer sagt mir, dass es nicht die nächsten Jahre trotzdem weiterhin Wachstum geben könnte? Also im Endeffekt habe ich hier eine Bewertung von einem Aktienunternehmen, das in den Value-Bereich geht, das jetzt auch die nächsten Jahre eher ein Value-Unternehmen ist, wo das Potenzial, aber dass das Wachstum wieder zurückkehren sollte nach ein paar Jahren, immer noch da ist. Für mich also kein Grund, die Aktie zu verkaufen. Im Gegenteil, ich habe euch ja bereits im letzten Video gesagt, aufgrund von technischen und bewertungstechnischen Gegebenheiten ist das hier meine goldene Zone, die Zone, wo ich auch mir noch mehr Paradox ins Depot legen würde. Wenn wir hier die 120 unterscheiden, dann würde ich hier auch definitiv weiter zukaufen. Ich überlege mir eher, und das wird vielleicht auch der Inhalt des nächsten Videos, bei der einen oder anderen Position, die jetzt auch vielleicht in der Vergangenheit bei den großen, also den Mega-Caps, die bei mir auch teilweise sehr gut gelaufen sind, dort vielleicht nochmal ein bisschen was zu kürzen, um eben in Bereiche, die sehr schlecht gelaufen sind, wie zum Beispiel der ganze Small-Cap-Bereich, dort rein zu investieren. Ich weiß, das ist so von der Grundregel her genau das Falsche, was man tun kann, nämlich die wachsenden Unternehmen zu kürzen, nur um dann, oder praktisch die Blumen zu kürzen, die wachsen, nur um dann das Unkraut zu gießen oder zu düngen mit diesen geschnittenen Sachen. Aber tatsächlich, es gibt halt einfach Bereiche, die jetzt meiner Ansicht nach zu überbewertet sind, zu viel im Hype sind und andere Bereiche, die total abgeschlagen sind, wo ich aber tatsächlich einen sehr starken Wert bei diesen Unternehmen habe. Und dann gehört zum Beispiel von dem Paradox mit dazu. Eins bleibt jetzt noch, ich führe mein Depot hier beim Zero Broker. Wenn du dir auch noch unsicher bist, wo du dein Depot führen willst oder einfach mal einen anderen Broker austesten willst, erster Link unter dem Video. Meiner Ansicht nach einer der besten Broker hier in Deutschland und eben, das finde nicht nur ich, sondern sagen eben auch viele, viele andere Testzeiten und allgemein einfach wirklich sehr viel Kundschaft. Ich habe hier auch von meiner Community bisher immer nur sehr, sehr positives Feedback vom Zero Broker erhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.